hallo youtube freunde ja mein bruder ist auch da mein bruder ist am start und wir sind hier auf einer fnaf map und wir wollen hier mal diese map ausprobieren und ja da wollen wir ziemlich mal einige charakter ausprobieren also was ich auf jeden fall ausprobieren müssen diese springtrap charakter denn da kann man nämlich durch die springer sterben und verortet dann noch extra so jetzt bin ich mal spring spring bonnie das ist sicher unangenehm jetzt verrotte ich innen drin sind die spring marks zu ende ja ich bin schon ich bin schon verrottet man kann jetzt kann ich die mask so und das bin ich jetzt dass man sich dann nichts zu springer verwandelt oder kann man sogar eine animation machen ich bin ich bin ich bin verrottet ich kann labern guckt mal ich öffne jetzt mein kopf oben so dass du jetzt verrottet ja aber nur ein roblox aber du bist du jetzt verrottet ja weil ich tot war i was dead so können wir nun mal andere charakter ausprobieren ist cool also ich finde das gut dass man dann mit einmal zu purple guy zu roten hier werde ich auch mal ausprobieren und wenn du das ist kein schöner begriff Können die Spring Rax auch mal aufhören? Das nervt. Das ist nicht so toll. Können wir dein Fest mal angucken? Nein, bei dieser Version geht das nicht. Guck mal, jetzt bin ich gekneidet Spring Trap. Gneidet Spring Trap? Bist du immer Gneidet Spring Trap? Gneidet Spring Trap? Wie gneidet Spring Trap? Wieso bist du immer Gneidet Spring Trap? So, jetzt bin ich probably... Oh, oh, oh. Das ist so nervt. Der ist aber kürzisch. Sie sind immer gut. Der nervt? Der ist dann nicht so nervt. Interessant. Es ist ein Trap. Guck mal! Du bist zerrottet. Nee, bei dieser Version wohl wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Du bist doch zerrottet. Spinschrub sind auch zerrottet. Die sind auch zerrottet, die Spinschrub. Spinschrub, äh, ich helfe mir. Das ist keine Spinschrub. Oh, Mardu, das ist, das ist Roblox, mein Lieblingsspiel. Naja, ne, Poo ist auch ein Lieblingsspiel von mir. Ne, Poo? Poo, Puschi, Poo. Poo, 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 Poo. Mardu, soll ich, soll ich jetzt sterben, ja? Ja. Okay, dann go. Ich bin gestorben, heißt das. Aber nur in Roblox, aber nicht in echt, das wäre ganz schrecklich. Ja, guck mal, jetzt ist der mit einmal verrottet. Der armer Bob, der Blob ist verrottet jetzt. Okay, jetzt ist alles vollendet. Also das ist jetzt eigentlich meine Lieblingsspreenshot-Version, da gibt es nämlich mehrere, deshalb ja. Mask, remove mask. Guck mal, das bin echt nach Jahren. Das bin ich nach Jahren. Oh, du bist schon... Lol. Lol. Der ist schon... Lol. Bist du schon wieder verrottet? Ja. Ja. Ich bin ugly, deshalb verdeck ich mein Face. Bist du noch immer verrottet? Hi. Ich bin Screenclack. Ja. Ich bin Screenclack. Und ich mag Züge. Ja. 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 Trains! Trains! Ja. 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 what's behind the mask beyond the mask was 1 und 1 stehen sie jetzt das neue dsl modell innen drin wie schnell das mit dem verraten geht da muss ich das let's play beenden weil es nämlich sehr groß ist so jetzt haben wir hier und jetzt okay dann muss ich jetzt mal wieder gehen das display war jetzt sehr lange und ja dann war es mit dieser folge dann